Also ich glaube, für mich ist es, glaube ich, gut fürs Skateboardfahren, weil Skateboarder dadurch die Chance hat, sozusagen größer zu werden, dass andere Leute sozusagen sehen, was es für ein cooles Sportland ist, was wir machen. Es gibt auch Leute, die natürlich dagegen sind, weil es sozusagen ein Contest ist und sozusagen Skateboarder gegeneinander sind und wir eigentlich so eine Großfamilie sind. Das ist auch richtig so, aber ich glaube nicht, dass Olympia das zerstören wird, weil es bis jetzt bei Qualifikationscontest oder so waren wir immer sozusagen eine Großfamilie und alle haben sich für alle gefreut, deswegen glaube ich, ist es gut.